Tja Leute, wie ihr seht, nach dem letzten Partyabend sind wir wieder fleißig und machen die nächste Multimodale Radioshow, die nächste Promo-Show für die Ruhe in Love am 5.7. Nächstes Wochenende in Orgard Park, Oberhausen, letztes Jahr hat die Multimodale Radioshow auf dem Floor 15 gespielt und da hatten wir ja viel Spaß, dieses Jahr sind wir auf dem Floor 28, zusammen mit den Jungs von Shoutout FM und auch New Rectric Records. Von der Multimodale Radioshow, wer denn sein, BJ May, der gerade spielt, Marcel C., der kommt da hinten ein bisschen rum, und meine Wenigkeit, Raphael Stilesia. So, von New Rectric, Tim Rehme, Tension und Philipp Lamas, also es wird definitiv zur Sache gehen. So, von New Rectric! Bis zum nächsten Mal.